Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge GDA5 Real Life Jobs. Heute mit dabei der gute alte Jensen. Er ist Busfahrer. Jens Jensen heißt da. Was ein wunderschöner Name. Es ist gerade früh am Morgen. Ihr seht, sein Gesicht sagt so alles. Dieser Busfahrer hat auf jeden Fall Bock auf seinen Job. Und wir werden heute hier drüben mit diesem wunderschönen Bus fahren von Station zu Station. Ist dann so ein bisschen wie so ein Bussimulator. Haben wir da wirklich eine richtig, richtig nice Mod runtergezogen. Wird auch gleich eingeblendet von WMDs. Da muss man mal gucken. Ja, hat die wirklich, wirklich gut gemacht. Ich habe die nämlich vorhin schon ausgetestet. Und hier steht auch schon unser Bus und hier lümmelt die rum. Genau, hier ist Mordeky heißt der. Der hat die Mod gemacht. Also danke dafür. Da gibt es auch wieder fünf Mods bekommen. Und ja, ich habe mir da so einen schönen Bus geholt, wie der halt in der LL rumfährt. Und da werden wir heute auf jeden Fall einsteigen. Leute, lasst es mich wissen, wenn ihr mehr von solchen Real Life Jobs sehen wollt. Und ja, lasst auch gerne ein Like da. Komplett kostenlos. Würde mich natürlich freuen. Und natürlich auch gerne abonnieren, Glöckchen aktivieren. Road to 500k, meine Lieben. Also, wer es nicht gewusst hat, ich freue mich drüber. So, jetzt schauen wir aber mal zur Inspektion erstmal. Der Herr Janssen. Jans, Jens, Janssen. Boah, der hat einen Namen, ich sage euch. Wir inspizieren zuerst mal natürlich das Fahrzeug, dass auch mal alles passt. Weil mit dem Schlitten müssen wir heute rumfahren. Wir fahren nach Downtown anscheinend tatsächlich. Und wir schauen erstmal, ob der Luftdruck passt. Puschen wir mal. Schaut das gut aus. Ja, wird schon passen. Äh, tolle Werbung drauf von, äh, Josh. Wunderschön. Wunderschöne, tolle Werbung. Und, äh, ja. So, sieht schon mal gut aus. Äh, behindertengerecht ist natürlich auch der Bus. Ich meine, muss man ja. Und, äh, da passt das schon. So, steigen wir mal ein in den schönen Schlitten. So, schauen wir mal. Äh. Ja, gut. Anspring tun wir doch schon mal. Äh, die Route hat gestartet. Ihr sollt zum ersten Bus-Stop fahren. Ja, super. Fängt ja schon mal an heute, der Arbeitstag. Ich glaube daher, Jens, Janssen hat heute überhaupt keinen Bock drauf. Aber, ja, fährt heute trotzdem. Ich finde, das ist der perfekte Busfahrer, der Typ. So wie der aussieht mit dem kleinen Bärchen und so. Und dann sitzt er da so fett und mollig drin. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch hier. Er hat überhaupt keinen Bock auf diesen Job, glaube ich, so der Jens, Janssen. Aber, er muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Also fahren wir jetzt. Na, guck dich mal die Leute hier an. Hier, mal anhut mir. Ganz ein Faulenzer hier, ohne Witz. So, wir wollen uns natürlich ein bisschen an die Verkehrsregeln halten, wie im Bus-Simulator auch. Also, wenn wir mal rechts blinken. Und da kommt sogar ein BMW gerade, ein Schicker. So, Blinker ist gesetzt. Wir fahren mal rechts rüber. Alter, ja, ich würde mich heute mal ein bisschen an die Regeln halten. Also nicht einfach fahren, wie, ich weiß nicht wie. So, schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Genau, perfekt. Oh, da ist ein Hydra, da muss ich aufpassen. So, erste Bushaltestelle ist direkt hier. Hat der Jens Janssen gerade das Auto weggeschliffen? Kann das... Eieiei, das wird teuer. Ich bin gerade fünf Meter gefahren und hab schon den ersten Range weggeschliffen. Ach, du Scheiße. Oh, ich hab echt keinen Bock auf diesen Job. Jens Janssen hat echt keinen Bock mehr. Ja gut, er fährt einfach weiter. Fahrerflucht vom Feinsten. Aber komm, wir müssen ja die Leute auch zum Job bringen. Wir müssen da echt gucken. So, dass wir da auch zu den Leuten kommen. Hallo. So, Jens Janssen ist hier. Steigen Sie ein, steigen Sie zu. Willkommen in der Sinner Street. Alle einsteigen bitte. Ja, steigen Sie erstmal gleichzeitig ein. Haben Sie recht. Das ist voll cool, dass auch hinten die Türen aufgehen. Ist richtig nice, Leute. Ich liebe diesen Bus und ich liebe diese Mod. Macht echt fun. Ist echt so wie dieser Bus-Simulator. Richtig nice. So, Vorrang geben haben wir hier. Hier kommt aber keiner. Dann müssen wir hier anhalten. So, wir müssen dann hier rechts. Wir warten, bis die Ampel... Ach, wobei, wir dürfen sogar rechts abbiegen, wenn keiner kommt. Wir sind ja in L.A. Da darfst du rechts abbiegen, wenn keiner kommt. Wenn sicher ist. So, dann biegen wir hier ab. Genau. Wir halten uns wirklich an die Regeln heute, ja. Also, oh, warte. Ich bin auf der Abbiegespur. So, wir müssen ja geradeaus weiter. Ich hab nicht nach hinten geguckt. Ich hab nicht nach hinten geguckt. Ich kenn mir hier nicht aus. So, jetzt sind wir mal an der Ampel warten. So, die sitzen auch mal schön hier drin. Der sitzt, glaube ich, ein bisschen falsch. Habe ich recht? Ja, hab ich sogar. Guck mal. Der sitzt da falsch drin, der Wuppel. So, es ist grün. Fahrt doch, ihr blöden Pisser. Wir müssen ja die ganzen Leute absetzen. Oh, Jens Jansen hat keinen Bock mehr. So, steigen sie ein. Steigen sie zu. Jens Jansen ist da. Bisschen schneller. Steigen sie ein bisschen schneller aus. Ich hab heute einen Fahrplan, den muss ich einhalten. Meine Fresse. Und hier bitte die Tickets lösen. Ja, hier vorne. Ah, jetzt kommen sie endlich. Jetzt steigen sie endlich ein. Ja. Der Dicke braucht mal wieder übelst lang. Ja, natürlich. Der steigt einfach mal durch die... Ja. Durchs Fenster. Man kennt's. Man muss schnell in den Bus. Ich steig erstmal ins Fenster so. Ein bisschen links rüber blinken. Ich schau mal, kommt da jemand? Nö. Perfekt. Dann blinge ich mal links rüber. Nächste Station direkt anfahren. Jetzt müssen wir wieder bei der Ampel warten. Ich sag euch, dieser Job als Busfahrer, ich würde das nicht aushalten in GTA. Schon gar nicht mit der KI, die da rumfährt. Manchmal so dämlich ist. Ja, warte, passt nur mal auf. Der ist gleich sicher dämlich und fährt hinten drauf. Ich kenne das Spektakel schon. So eine einige Beine. Ich wette was. Warte. Zwei Sekunden noch und er fährt rauf, weil er keine Geduld mehr hat. Ah, er ist gerade geduldig. Ah, das ist grün. Hoppala. So, wir bleiben in der Lane. Ganz wichtig. Links rüber fahren. Und da vorne sind wir dann auch schon. Da müssen wir dann rechts ran an den schönen hier. Oh, steigen wieder so viele Leute ein. Ich glaub's nicht. Der Bus wird noch zu voll, Leute. Der Bus wird noch zu voll. Es wird echt zu voll. Weil der steigt einfach da aus. Ja gut, das ist eine Bus-Mod. Ich glaub, da sind so ein paar Sachen nicht perfekt. Aber guck mal, der steigt richtig aus und ein. Ich glaub, hinten muss die Tür richtig funktionieren, glaub ich, dass das funktioniert. Steigen sie zu, steigen sie ein. Ja, guck mal, der steigt, der Dicke steigt auch durchs Fenster ein. Ja, komm, kann man was machen. Schau mal, das meinte ich. Genau das meinte ich. So eine Unverschämtheit. Überhol doch entweder oder, ach, keine Ahnung. Leute, wir haben ein Problem. Ich komm da nicht rüber. Man kannst du vielleicht, ey. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt kommt der Dicke Jens einfach mal raus hier. Sag mal, was soll denn das, Prinzessin? Was soll denn das? Du brauchst eigentlich so ein Blut hupen. Und steck ich dir die Hupe ins Maul? Hast du ein Problem? Scheiße, der meint's ernst. Der meint's ernst. Kinders! Jens ist zurück. Wir fahren jetzt weiter. Ich hab keinen Bock zu fighten. Weil wenn ich da einen Stern hab, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich hab nur keinen Bock, jetzt keinen Stress zu machen. Und ich fahr hier ganz schön drüber. Entschuldigung. Ich hab da grad einen Roadway hinter mich. Ich muss hier ganz schön weiter. Bitte lassen Sie mich. Dankeschön, sehr nett von Ihnen. Ey, wuppelt da eine Katze rum? Katzen ist da einsteigen. Schade. Mitten in der Stadt eine Katze. Man kennt's. Do not block intersection. Ja, ich mach das jetzt mal. Ich will ja nur rechts abbiegen. Weißt du? Ich will ja nur rechts abbiegen. Ich könnte jetzt die ganze Zeit theoretisch rechts abbiegen, aber... Glaubst du, du kommst da rein, hä? Ich hab wieder probiert, hier rein zu wuppeln. Ja, sicher nicht. Kennt ihr diese Drängler? Das ist so einer. Der will sich jetzt rechts reindrängeln. Anstatt, dass er sich hinten anstellt. Das ist wirklich ohne aller Vernunft ist sowas. Wirklich. Ach, geht doch. Und das vorüber ist, kündige ich. Mein Job. Ohne Witz jetzt. Steigen Sie zu. Steigen Sie ein. Jens Jansen ist auch bei Ihnen. Wir fahren ins Zentrum. Ne, warte. Wo fahren wir hin? Olympic? 4-Way? Was? Keine Ahnung. Weiß nur, das oben ist Avenue. Ja, aber was ist das? 4-Way? Ach, Fastway? Keine Ahnung. Komm. Steigen Sie zu. Schwenken Sie ein. Wollen Sie hier mit einsteigen? Oder warum sitzen Sie? Ach, da sitzt es einfach nur hier. Okay, alles klar. So, guckt geht, ob da jemand kommt. Ne, kommt keiner. Ich fahr mal über Rot. Es kommt ja... Oh mein Gott! Ich dachte, es kommt keiner. Ich hätte gedacht, es hat keiner gesehen. So viel dazu, dass ich mich an die Verkehrsregeln halte. Ach, warte mal. Wir sind da an einer großen Station. Ich verstehe. Jetzt muss ich mal hier rüberbrinkeln. So, ich muss, glaube ich, hier muss ich reinbrinkeln. Schauen wir mal. Ach komm, der BMW muss da auch nochmal fahren. Mal ein bisschen schneller, komm. Ob es eigentlich... Er hat ein Schild mitgenommen. Man kennt es. So, wir sind gleich hier, Endstation, glaube ich. Ist das eine Endstation? Ich hoffe. Kann ich gleich direkt danach kündigen. So. Äh. So, steigen Sie aus, genau. Schauen Sie nur, dass Sie sich, ich weiß nicht, auf den nassen Kaugumme setzen. Hallo? Hier, Fahrkarte, danke schön. Ach, die fahren doch alle schwarz. Das ist doch nicht euer Ernst. Keiner will eine Fahrkarte. Aber das wäre cool, wenn man wie ein Bus-Simulator dann eine Fahrkarte hätte, ne? Und eine Fahrkontrolleur-Mod wäre auch noch nice. Dass da so ein Kontrolleur kommt und ein paar Leute raushaut. Da würde ich voll abgehen. Sollte mal jemand machen, Fahrkarten-Mod, ne? Und dann Kontrolleur-Mod. Das wäre doch perfekt. Dann hat man auch gleich ein bisschen mehr Spaß hier, weil die hier, die sitzen einfach nur drin und... Hä, ich bin nur... Was? Das sind alle ausgestiegen und gehe ich auf einen Typen drin. Macht der jetzt ein Foto? Steckt sich das ins Popoloch? Ich will es nicht wissen. Okay. Ich will es nicht wissen. Ah, wo wollen sie heute... Ey, Kaffee trinken ist ja aber nicht erlaubt. Ich... Ne. Das ist ja heute sofort auf. Kein Trinken, kein Essen. Na, jetzt reicht's. Ne. Nächste Station steigst du aus. Der trinkt da einfach im Bus. Das darf er nicht. Fall mal rechts ran. Der kommt raus aus dem Bus. So. Kollege. Hör auf, dein Ding zu trinken. Komm, raus da. Raus aus meinem Bus. Steckt er aus mich? Raus aus dem Bus. Ist das dein Ernst? Raus aus dem Bus. Was gucken sie so blöd? Raus aus meinem Bus. Aber wenn ich jetzt hier einen Warnschuss abkippe, ist er sicher. Raus aus meinem Bus. Ich bin es das hoffen. Scheißegal kann das sein. Gut, dann fahr ich mit ihnen hier. Oh, scheiße. Ich hab die Tür zugemacht. Sie sind ein ganz harter Kerl, hab ich das Gefühl, ne? Ihre arme Mutter. Oh, nee. Da kommt einer. Oh, Entschuldigung. Ich hab gehubt, ja? Ich hab gehubt. Chaos ohne Ende. Bitte lassen wir mich durch. Jetzt ist eh schon wurscht. Jetzt ist eh schon... Ach, egal. Ich kündige sowieso. Das zahle eh nicht ich. Mein Boss muss das zahlen. Hallo. Ach, schon wieder, Leute. Dir. Komm. Ja, Gott sei Dank steigst du aus. Du blödes Stück. Mein Bus wird nicht geraucht, ja? Es wird hier nicht gegessen und nicht getrunken. Was passiert, wenn ich losfahre? Ich kann gar nicht losfahren, schade. So, und du guckst mich aber auch wieder super an. Nächste Station, äh, Assi-Viertel. Vor Franklins Haus. Willkommen. Tatsächlich, ne? Hier sind wir bei Franklin. Ja, jetzt fahre ich durch das Assi-Viertel. Super. Ey, da freut mich aber echt, wenn die Leute einsteigen. Franklin. Franklin fährt nicht mit dem Bus. Willkommen in, äh, Forum DR. Steigen sie bitte aus. Steigen sie ein. Ach, keine Ahnung. Ich will echt hier, dass mal jemand eine Fahrkarte kauft. Guck mal, die steigen alle so ein. Komplett egal. Fangen alle schwarz. Ist komplett egal, wenn mir kein Kontrolleur geguckt. So, nächste Station. Ich fahre hier drüber. Es kommt hier keiner. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, warum da Grot war. Scheiße. Das hätte knapp ausgegeben. Hallo. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, der zieht nicht seine Waffe. Das hätte jetzt auch schlecht ausgehen können, Leute. Oh. Salam aleikum. Steigen sie alle ein hier. Shalom, die Herren. Ey, ey. Ich hab echt keinen Bock, um Assi-Viertel umzugucken. Kein Witz jetzt. Tolle Ampeln. Man sieht nicht mal... Toll. Wir konstruieren sowas. Ich kann nicht mal sehen, ob's grün ist. Ah, die muss ein bisschen zurückschieben. Ne, das mach ich halt so. Das ist... Da hat aber wieder sich jemand, was richtig toll ist, ausgedacht dabei. So, nächste Station, Assi-Hausen. Willkommen. So, wer steigt denn da jetzt alles ein? Verpissen Sie sich raus aus meinem wunderschönen Bus, bitte. Ja, ich muss sagen, es ist halt wie ein Bus-Tribulator. Also, es passiert nicht viel. Irgendwie wär's lustig, wenn's da irgendwo ein Szenario wär. Theoretisch müsste ich das mal ausprobieren. So, volles, krasses Szenario. Vielleicht Weltuntergang und dann ne Busfahrt machen. Das wär's doch. Oder, äh, genau, ein Tsunami. Oder, oder... Aber was könnte man noch? Genau, ein Tsunado und ich fahr einfach Bus. So, ganz geschmeidig. Und dann macht die Leute mit. Bis der Tsunado einfach kommt. Ey, das müsste ich machen. Das wäre eine geile Videoidee. Dass wir ein bisschen Pepp in die Fahrsimulation bringen. Hallo. Steigen Sie ein, aber schnell. Machen Sie flott. Ich frag mich, wann ich hier endlich fertig bin. Guten Tag, der Herr. Dankeschön fürs Nichtzahlen. Guten Tag, danke fürs Schwarzfahren. Ich hoffe, ich hab das bald geschafft jetzt, wirklich. Stoppschild. Alter, warum fahren die immer dann, wenn ich fahr? So, jetzt hab ich wieder was mitgenommen. Hallo? Oh, jetzt werd ich da fast reingedonnert. Hallo? Steigen Sie ein, steigen Sie zu. Der Bus ist, glaub ich, schon bald echt im Arsch, ne? Wenn ich so weitermache. Die Dicke, die auch nix zahlen will. Natürlich. Willkommen. Mach ein bisschen schneller jetzt. Hab nicht die ganze Nacht Zeit. Ich würd sagen, wir machen mal ein bisschen Turbo an hier, ne? Sommal, ich bin nämlich ein bisschen weiter hinten. Mit nem Fahrplan. Ich muss mir dann den Fahrplan halten, sonst krieg ich nichts ausbezahlt. Und ich falle frontal hier weiter. Spaß natürlich nicht. Oh, Mann. Muss mein Fahrplan auch einhalten. Blöde Stück Scheiße. So. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen näher ran fahren. So, jetzt aber. Hallo? Das ist ein bisschen näher ran. An das ganze Geschehen hier. Jawohl. Wir fahren sie direkt in die Station. Versteht ihr? Oh, ich hab einen Stern bekommen. Ich wollte nur mal was tolles machen. Wollte direkt in die Station fahren. Und jetzt? Ja, zwei Verletzte. Dafür kann ich ja so viel. Nicht bummeln. Nicht bummeln. Einsteigen und nicht bummeln. Ja, ich hab zwei Sternen. Ich muss hier ganz schnell weg. .de Ist das einfach voll egal. Das ist ein Stern. Kann das sein? Ich glaub ja. Ja, dann fahren wir jetzt einfach mal Bus weiter. Hoffen wir einfach, dass die Polizei auch noch die Verfolgung. Scheiße. Und ich muss mich an den Plan halten. Weißt du? Ich muss mich ja dran halten. Scheiße. Ich hab den Pfosten nicht gesehen. Meine Güte. Warum müssen sie da am Pfosten hinbauen? Die Kinders. Wollen sie einsteigen? Ich möchte nicht aussteigen. Ich bin Busfahrer. So. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich mit der Busfahrersimulation machen. Aber anscheinend ist das hier ein bisschen zu stressig gerade. Steigen sie zu. Steigen sie ein. Aber schnell die Cops kommen. Wer möchte beim Crazy Busfahrer Jensen? Jans. Hey. Hans. Jans. Jens. Jensen. Komm. Ja, genau. Verbissen sie sich. Mann, ich muss den Fahrplan einhalten. Ja. Ich verliere sonst meinen Job. Gut, das ist eh der letzte Tag, wo ich den Job haben werde. Aber trotzdem. Meine Fresse. So habe ich mir den Job nicht vorgestellt. Wollen sie jetzt einsteigen? Ich habe echt ein bisschen Stress hier. Steigen sie ein. Aber schnell. Wer wäre gerade angeschossen? Ja, ja. Das ist ein ganz normales Verhalten von der Polizei. Das ist jeden Tag so. Ja, willkommen bei Jans Jensen Jens Buchverwaltung. Wenn ich ein Buch gesagt habe, dann natürlich Busverwaltung. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ich meine, ich habe zwar drei Sterne und ich könnte die alle hier als Geisel nehmen. Aber diese... Guckt mal, hier habt ihr im iPad, hier ist das voll egal, dass auf den Bus geschossen wird. Nee, nee. Ist ja ganz normal, ne? Ganz normales Busfahrerleben. Ganz normales Verhalten hier. Dass wir hier über den Tag leben. Kapitel Boulevard. Ja, super. Kapitel Bra. Da können wir nach Hause fahren. Schau, die scheißen sich an. Aber die so nö, ich steige im Bus ein. Und schau, die schauen nur blöd. Die zielen nur auf mich. Das ist scheißegal. Hallo. Das ist, weil ich Geiseln habe, ne? Gleich sind wir back am Start. So, ich muss hier nochmal das Schild überfahren. Ganz wichtig. So. Ah, nee, warte mal. Ich bin hier vorbei. Entschuldigung. Fährt der Cop da tatsächlich gerade in so einem... Ja. Sorry, Leute. Warum parken die die Busstation zu? Hallo. Tut mir leid, haben ein paar Autos die Busstation zugefahren. Wollen sie jetzt einsteigen oder nicht? Sonst fahre ich alleine. Ist scheißegal. Na gut, da fahre ich halt. Ach, jetzt steigt die schöne Prinzessin aus. Natürlich. Ist ja nur so, dass da 1, 2, 3, 4 Streifenwagen sind. Und ein Cop in einem wunderschönen Ort, der das raucht. Scheiße, der Wagen raucht schon. Ich glaube, hinten ist der Motor, ne? Oh ja, der raucht. Ja, der raucht schon ein bisschen. Ja, steigt es ein. Steigen sie zu, steigen sie ein. Heute auch extra mit dabei die Polizei. Sie hilft uns ein bisschen durch den Verkehr zu kommen. So, nächste alte Stelle. Wir fahren direkt in den Müll. Ich glaube, der eine hat die Mülltonne auf den Kopf bekommen. Kann das sein? Tatsächlich. Ja, der eine ist voll... Aber es leben noch alle. Hallo. Zusteigen bitte. Einsteigen bitte. Der Spezialbus heute fahren wir nach. Ich weiß nicht, wohin. Steigen sie zu, steigen sie ein. You have stopped too close to the sidewalk. Oh, Ed, this will bug passengers. Hey, was? Ach, echt? Sorry, das wusste ich ja gar nicht. Wollen sie jetzt noch einsteigen oder wie sieht es aus, Prozessin? Ich baller sonst hier einfach drauf. Dann fahren wir einfach weiter, komm. Ist mir... Du, ich warte hier nicht eine Stunde. Die Polizisten müssen ja auch heute noch was machen. Ich glaube, wir sind gleich... Wir haben es gleich geschafft. Wir sind nämlich gleich wieder zurück. Ich bin echt am überlegen, was ich heute ausgezahlt bekommen. Ich habe meinen Job wieder so toll gemacht. Okay, da ist noch... Ah, die parken alle zu. Was soll ich machen? Ich kann nur auf dem Gehsteig hier stehen. So, ein bisschen schneller machen. Oh, schau mal, ich habe die Gute abgeschlossen. Dankeschön. So, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag hier. Noch nicht hinfallen. So. Noch jemand? Ne, gut. Ich wollte das alles ein bisschen schneller machen. Scheiße. Oh, jetzt ballern sie auf mich, ne? Jetzt, wo keiner mehr drinnen sitzt. Das war wieder so logisch. Ja, warten Sie. Ich fahre noch ganz schön zurück zum Heisel. Muss er den Bus ja auch wieder einparken. Ja, ich glaube, die werden sich ganz schön freuen über den Bus. So, wie der aussieht. Ah, geil. Okay, ich brauche jetzt so was schon einparken. Und dann kündigen direkt. Das ist doch nicht so ein Job für mich. Ja, Leute, es passt doch schon. Hilfe. So, kriege ich jetzt noch irgendwo was ausbezahlt? Oder wie sieht es aus? Ja, Leute, jetzt bin ich, naja, ein bisschen im Gefängnis geraten. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall. Ähm, der Job als Busfahrer war sehr amüsant, ein bisschen langweilig, aber es hatte doch ein bisschen Spaß gemacht, als die Polizei hier zugekommen ist. Aber, ähm, immerhin, ich konnte jetzt ohne weiteres kündigen. Ist doch toll, oder? Also, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von RealLifeJobs, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Kauft beim Merch. Tschüssi Kowski. She got me good, yeah, she got me bad, yeah, she got me feeling it now, a feeling I've never had. I'm falling hard, yeah, this ain't a fad, yeah, she got me feeling away, it's even better than that. She just likes to play around, only four.